Hallo YouTube, herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Heute ein weiterer Best-Hit-Review hier bei mir. Und zwar habe ich drei Karten bei Ebay ersteigert gekauft. Und zwar ist es einmal eine 2005-2006 Skybox Autographics Shaquille O'Neal Facsimilar Autogrammkarte. Hier für die Miami Heat. Sehr schöne Karte, schöner Effekt, schöner Pop. So sieht das Ganze aus. Ich danke dir dafür, die Karte ist gut angekommen. Kommen wir zur zweiten Karte. Und zwar ist es eine 2023-2024 Panini Top Class Kyrie Irving und Luka Doncic Synergy Insert Karte. So sieht das Ganze aus. Sehr schöne Karte, gefällt mir sehr gut. Ich danke dir dafür, auch diese Karte ist gut angekommen. Kommen wir zur letzten Karte und zur dritten Karte. Und zwar ist es eine 2000-2001 Tops Shaquille O'Neal Allen Iverson Grand Hill Season Leaders Base Karte. Hier in einer Nier Mint Mint 8, PSA 8. So sieht das Ganze aus. Danke auch dir dafür, die Karte ist gut angekommen. Sehr schön, gefällt mir sehr gut. Ja, ich bin damit raus, sage danke. Bis zum nächsten Mal. Bitte weiterhin kommentieren und abonnieren und lasst mir doch ein Like da. Peace. Ciao. Ciao. Das war's.